Basket W2, Pascal's Super Bodybuilding in the Building. Und willkommen im neuen Video und in diesem Video gehen wir wieder mal dem Sparfuchs Zoo nach. Ihr kennt es ja, ich habe schon mal vor einiger Zeit ein Video gemacht, wo ich ein verdammt günstiges Krafttrainingsprodukt von Amazon geholt habe. Das war damals diese One2Fit Flachbank und sie hat nur 50 Euro gekostet. War damals die günstigste Bank, die es so auf Amazon gab und ich wollte sie halt mal testen. Und mittlerweile ist sie hier ein fester Bestandteil von meinem Homegym und ich trainiere da regelmäßig drauf. Das ist eine meiner besten Bänke. Und in einem der letzten Streams hat ein Zuschauer nach einem preiswerten Gürtel gefragt, denn ihr wisst ja, so die Powerlifting-Gürtel, ich zeige euch mal gleich, welche ich aktuell nutze, sind verdammt teuer und da habe ich das hier gefunden. Was haben wir denn hier? Den Lars 360 Aufhuhn-Gewichtheber-Gürtel aus Leder-Fitness-Gürtel, Powerlifting-Gürtel für Bodybuilding-Krafttrainingsgewichtheben, Gym 7,99 Leute, 7,99. Weiches Rindsleder, der Ledergürtel ist zu 100% aus echtem Rindsleder gefertigt. Der Aufbau aus drei Schichten für extreme Spannkraft. Wenn sie die Gewichte heben, ihre Taille verdrehen oder ein schweres Gewichtstraining durchführen, ist es wichtig, ihren unteren Rücken-Lendenwirbelsäule richtig zu stützen. Natürlich ist der Preis ein bisschen sass, aber bevor ich den dann schlussendlich gekauft habe, habe ich mir die Bewertung hier angeschaut. Und da sind tatsächlich zwei Bewertungen hier, dass der sehr gut ist und dass sie für den Preis, dass das Ding auch noch zu günstig ist. Also, 7,99, dafür kriegst du ja nicht mal einen normalen Gürtel für deine Hose. Ich meine, dann könntest du dir im Zweifel ja zweckentfremden. Bevor wir uns jetzt die Last 360 anschauen, hier mal die Gürtel, die ich aktuell nutze. Den hier nutze ich fürs Kreuzheben. Der hat 10 Zentimeter Höhe und 1 Zentimeter Dicke. Ich benutze den fürs Kreuzheben und den fürs Kniebeugen. Der hat nämlich 13 Millimeter Dicke. Ansonsten ist der auch 10 Zentimeter hoch. Das ist ein SPD-Gürtel für, ich glaube, 220 Euro. Und der Insta kostet 120 Dollar. Das ist ein Single-Prong, also mit einem Dorn zum Befestigen. Und ich benutze zwei verschiedene Gürtel, da ich beim Kreuzheben so ein bisschen runden Rücken machen muss. Das heißt, der Gürtel muss ein bisschen nachgeben und sich meiner Körperform anpassen, wo der SPD-Gürtel mega steif ist und das nicht gut kann. Der ist für mich dann fürs Kniebeugen besser. Deswegen benutze ich zwei verschiedene Gürtel. Ich versuche, das Video YouTube-konform kurz zu halten. Deswegen kann ich euch jetzt nicht erklären, warum man im Krafttraining überhaupt Gürtel verwendet. Aber dafür habe ich einen umfassenden Post auf Instagram gemacht. Den siehst du jetzt mal hier oder da, ich weiß nicht genau. Da kannst du nochmal genau nachlesen, warum wir überhaupt Gürtel im Powerlifting oder auch im Krafttraining verwenden können. Also auch im Bodybuilding. Und ja, dann hast du da jede Zeit der Welt. Wenn ich es jetzt kurz runterbreche, dann ist auch keinem geholfen. Okay Leute, SPD 220 Euro, Insta 120 Euro, Last360 7,99 Euro. Also als ich das Paket bekommen habe, war mir schon klar, und wo ist das Paket mit dem Gürtel? Naja, der Wurst sieht so hier aus. Rindsleder aus Wildleder der ersten Schicht. Vier Gründe, sich für einen guten Gürtel zu entscheiden. Verbesserung der Körperhaltung und der Fähigkeiten. Bei der aufrechte Haltung der richtigen Haltung in der Hocke und beim Gewichtheben geht es nicht nur um Krafttraining, sondern auch um die Verringerung des Verletzungsrisikos. Bla, bla, bla. Ja, es wird direkt deutlich, dass ich auf eine Sache nicht geachtet habe. Dieser Gürtel ist schlappe, 6 mm dick. Und nur so 6 mm dick zu sein, ist natürlich ziemlich kacke, weil der soll ja relativ steif sein, um deinen Oberkörper zu stützen. Beziehungsweise du willst die Luft gegen diesen Gürtel pressen und der Gürtel muss natürlich auch irgendwie ein bisschen was gegen leisten. Und da sind mindestens 10 mm, also die Dicke von dem hier, notwendig. Den kann ich hier nicht so easy verbiegen, wie waffel ich den hier. Den kann ich da in einen Kreis und kann in Knoten reinmachen. What the fuck, wieso kann ich da einen Knoten reinmachen? Ich kann da ohne Probleme einen Knoten reinmachen. Ich habe leider den Fehler gemacht und habe nicht genau hingeschaut, denn hätte ich es vorher gesehen, hätte ich den gar nicht erst bestellt. Denn schaut mal hier auf das Bild, da steht hier 6 mm dickes Rindsleder. Und ich bin einfach biased, wie ich bin, davon ausgegangen, dass der halt einfach mindestens 10 mm dick ist, also 1 cm. Es ist auch auf der Seite hier ein bisschen versteckt, es ist nicht direkt ersichtlich, aber hätte man es gesucht, hätte man es gefunden und ich trottel, habe es halt nicht gesucht. Naja, wir testen trotzdem. Ist meine Schuld, hätte ich darauf achten müssen. Denn es ist ja nicht so, dass es nicht angehend war, auch wenn es ein bisschen versteckt war, habe ich da gar nicht nachgeschaut. Ich habe es einfach vergessen. Aber wenn ich mir den ansonsten anschaue, kommt er eigentlich echt gut verarbeitet. Also hier haben wir doppelte Nähte, da haben wir nochmal eine extra Naht in der Mitte. Du musst ihn aber auch doppelt vernähen, wenn er nur 6 mm ist und sich so leicht verbiegen lässt. Ansonsten weiß ich nicht, ob das wirklich Leder ist. Ich kann sowas nicht beurteilen. Ist dreimal genietet hier und hat einen Double Prong, der halt ein Double Prong ist. Also der wird wahrscheinlich passen. Also ein bisschen schwer geht da ins Loch rein. Aber ist ja nicht so, dass ich das nicht schon kenne und damit Erfahrung habe. Also wenn du jetzt mal den Vergleich nimmst, den SPD-Gürtel, den ich für das Kniebeugen benutze, den ich ja extra dafür benutze, weil er so steif ist. Da kann ich nicht mal im Traum dran denken, einen Knoten da rein zu machen. Also das wäre nicht möglich. Und das ist natürlich wichtig für den Gürtel, um mir wirklich diese Spannung zu geben, gegen den Gürtel gepresst zu atmen. Der Gürtel, kann ich dir jetzt schon sagen, das bringt nichts. Da kann ich mir auch irgendwie ein Band dreimal im Bauch wickeln. Aber naja, 7,99 Euro, wir machen den Test, Mann. Lasst uns trainieren. Schaut mal, Leute, ich habe den gerade zum ersten Mal angemacht und festgezogen. Da ist direkt hier so ein Teil abgeflogen. Perfekt, Leute. So, ich habe ihn original einmal umgelegt und festgezogen. Das Ding ist abgeflogen. Jetzt ist der schon im Arsch, Alter. Bin ich mal gespannt, wie lange der noch hält. Nice. Bis zum nächsten Mal. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 10. 11. 11. 10. 11. 12. 12. 13. 14. Also Leute, 300 konnte ich mit dem Ding heben. Ihr seht ja hier den Schaden, der schon da ist. Ja, und ja, was soll ich sagen, Lars 360. 360, weil 360 Grad Spannung um dein Torso, die waren schon clever auch, der Lars. Der war clever. In Wirklichkeit steckt wahrscheinlich Lars Richtmann dahinter. Gib's zu! Ja, was soll ich sagen? Also es bringt so gut wie nichts, Leute. Also beim Kreuzheben brauche ich prinzipiell gar nicht wirklich einen Gürtel so. Also ich kann meine Spannung auch so ganz gut halten. Und das sollte auch bei jedem halbwegs guten Powerlufter der Fall sein. Man sollte vorher schon stark sein und dann den Gürtel als Ergänzung, als Feedback um sich rumpacken. Das bedeutet, wenn du jetzt den Gürtel weglässt, solltest du jetzt nicht 50% schwächer sein. Und wenn der Gürtel nur 6 Kilometer dick ist, dann sollte ich auch nicht viel schwächer sein. Also ich könnte mit dem Original jetzt auch länger kreuzheben und regelmäßig, man gewöhnt sich daran. Aber das liegt daran, dass ich beim Kreuzheben schlussendlich nicht wirklich einen Gürtel brauche. Beim Kniebeugen wäre es ganz anders. Ich würde mit dem Ding ungerne überhaupt beugen. Also überhaupt. Also es ist Müll. Was soll ich sagen, Leute? Es ist absoluter Müll, Mann. So das, was du bekommst für den Preis, ist eigentlich top. Außer, dass es sofort kaputt gegangen ist. Aber es ist 7,99. Also du bekommst schon was draufsteht. So ich will nicht haten. Ihr wisst, wie es läuft. So don't hate the player, hate the game. Wenn du nicht ordentlich liest wie ich, dann kriegst du auch einen 6 Millimeter Gürtel so. Aber fürs Krafttraining ist das nichts, Mann. Für niemanden. Okay, Leute. Der Last 360 ist sofort kaputt gegangen im ersten Training. Beim ersten Mal anziehen sogar. Ansonsten ist es ein stabiler Gürtel, wenn man weiß, was man bekommt. Ich sehe ganz ehrlich nur in einem Szenario Sinn, dass man wirklich so einen so dünnen Gürtel benutzt. Und das ist bei sehr kleinen Menschen, bei höheren Gürteln, die auch ein bisschen dicker sind, gibt es häufiger die Probleme. Das ist im Powerlifting tatsächlich ein Problem, dass die Leute sich Rippen brechen. Ja, weil der ist ja hier so rum und jetzt wirst du so komprimiert auf den Gürtel drauf. Und da wird eventuell sehr viel Druck auch erzeugt. Und da hatte ich auch schon Trainings, die sich dadurch eine Rippe gebrochen haben oder geprellt. Für solche Athleten kann es vielleicht Sinn machen tatsächlich. Man muss aber wissen, auf keinem anerkannten Wettkampf wirst du den benutzen dürfen. Zum anderen zum Üben, also die Luft gegen den Gürtel zu pressen als Feedback für so sehr kleine Menschen. Deswegen ist das einzige Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass dieser Gürtel Sinn macht. Und dann ist er für den Preis auch übertrieben preiswert und gut. Das muss man halt auch so sagen. Aber als ernsthafter Powerlifter sehe ich keinen Grund, den zu kaufen. Aber wie gesagt, ich kann nicht böse sein. So don't hate the player, hate the game, Leute. Ihr kennt mein Motto. Also irgendjemand macht damit vielleicht ein paar Euros. Und wenn man weiß, was man will und nicht wie ich, nicht schaut, dass der nur sechs Millimeter hoch ist, dann keine Ahnung. Aber wir wissen ja auch im Bodybuilding zum Beispiel, wenn die Leute den so beim Bankdrücken oder bei Maschinentraining oder bei Latzug tragen, tragen die dann halt viele, damit es sich gut anfühlt. Dafür ist es ja auch okay. Aber das nützt dir ja gar nichts, außer dass er sich gut anfühlt. Da würde ich dich trotzdem lieber mit dem hier sehen, als mit irgendwie so einem Gewichthebergürtel, der du dann zweckentfremdest für Bodybuilding-Training. Aber ansonsten, ja, was soll ich sagen, Leute? Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ich hoffe, keiner von euch macht denselben Fehler wie ich und kauft diesen Gürtel. Passt es zu, check it out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Ciao, Mike.